Zufriedenheit und Vergleich. Welchen Bezug haben diese beiden Begriffe? Schließen sie sich aus? Vergiften sie sich gar? Also in dem Sinne, dass sie einfach sehr diametral sind. Und Vergleich und Zufriedenheit passen dadurch nicht zusammen. Und was ist die Problematik, die sich daraus ergeben kann? Oder eben auch das Nichtproblematische. Zufriedenheit und Vergleich. Welchen Bezug haben diese beiden Begriffe zueinander? Ich bin mit dem, was ich bin und habe. Ich bin der, der ich bin. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich möchte gar nicht anders sein in dem Sinne. Ich stehe zu mir. Ich begreife mich. Ich habe ein Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Ich schätze natürlich das Geld, aber es gibt wenig Geld. Es gibt kein Geld. Es gibt viel Geld. Was macht es? Das Geld ist nicht das Entscheidende. Zum Beispiel. Diese Auffassung könnte man sein. Also ich bin mit dem einfach, was ich bin. Ich kann nicht anders. Ich stehe zu mir. Ich brauche nicht ein besseres Antlitz, eine bessere Kosmetik, ein Haarschnitt, Haare ab und was noch. Was so gibt Outfit. All diese Geschichten, mit denen wir uns umgeben. Und je mehr wir uns mit diesen Dingen in einer sehr materialistischen Welt umgeben, desto mehr verschütten wir das Eigentliche. Und damit verschütten wir auch den Begriff Zufriedenheit. Weil wir natürlich in einer materialistischen Welt alles diversifizieren und differenzieren. Weil sie sich immer weiter auftut geradezu. Und immer wieder Nischen entstehen und Ecken und ein Nebeneinander und Parallelgesellschaften. Und all das hat mit Vergleich zu tun. Und das kann schlecht, um es simpel zu sagen, für die Zufriedenheit sein. Ich bin mit dem, was ich bin und habe. Ich vergleiche mich mit der Welt und insbesondere mit anderen Menschen. Und wenn ich mich vergleiche, dann merke ich, oh, die hat eine bessere Augenfarbe. Oh, der riecht aber anders. Oh, guck mal, hat der einen schönen Anzug an. Und oh, was hat der und du. Und der hat es erreicht und der hat es geschafft und der hat seine Ausbildung hinbekommen. Und all diese Geschichten, die wir immer wieder, die meisten Menschen immer wieder permanent, tagtäglich, augenblicklich miteinander vergleichen. Und dadurch eben bewerten und den Vergleich entstehen lassen. Und an dem Vergleich messen wir uns und die Welt. Oder wir messen uns in der Welt, in der wir sind. Ich vergleiche mich mit der Welt und insbesondere mit anderen Menschen und anderen Dingen, die es so gibt. Und wie gesagt, wir leben ja in einer sehr starken, diversifizierten Welt, die immer wieder Unterschiede kreiert, geradezu und auch gewollt kreiert. Und unser Konsumverhalten wird vor allem dadurch generiert, dass es immer wieder unterschiedliche Produkte gibt und wir eben vergleichen können. Wir machen Preisvergleiche, wir machen Qualitätsvergleiche, wir machen sonstige Sinnvergleiche und Gott weiß was. Ich bewerte also besser und schlechter oder diesen Likes und Non-Likes, Daumen hoch, Daumen runter, findest du auch hier auf dem Kanal etwas sehr Zentrales. Ich bewerte besser und schlechter, nicht? Also dann gibt es eben, mach, gebt mir gute Bewertung, gebt mir bloß gute Bewertung und so interessiert mich überhaupt nicht. Also ist schon interessant, aber doch nicht dem Hinterherlaufen. Ich bewerte eben besser und schlechter. Und bin ich dadurch dann zufrieden, wenn ich schlechter bewertet werde? Oder natürlich nicht, sondern wenn ich besser bewertet werde. Aber das Besser und Schlechter, like, non-like, ist total verbreitet. Punkte geben, gerade das Internet strotzt von Bewertungen und damit von Vergleichen und damit von Unzufriedenheit, wenn ich jetzt ganz schlagsig formuliere. Ich bin neidisch und will, Achtung, will groß geschrieben. Das vermeintlich Bessere, es steht mir zu. Ich bin neidisch auf diesen Nachbarn, deswegen grüße ich ihn auch nicht mehr. Vormals habe ich ihn gegrüßt, aber jetzt fährt er irgendwie was Besseres, ein besseres Auto, hat einen anderen Status. Er hat sich versetzen lassen und verdient mehr Geld als ich und all das. Ständig gucken wir und beäugen diese Dinge, die vermeintlich besser sind und vergleichen uns mit dem, was wir sind, was wir haben, was wir können, mit dem anderen, vor allem mit den anderen Menschen. Oder ich versuche, das Schlechtere zu vermeiden. Das resultiert ja genauso daraus. Die Zufriedenheit, die Unzufriedenheit entsteht eben durch den Vergleich mit dem Schlechteren. Ja, ich bin besser. Toll. Ich bin auf jeden Fall besser als der Underdog da unter mir. Und dann sind wir bei der Hackordnung, dann sind wir bei Hierarchien und überhaupt auch bei diesen ganzen Abstufungen, die wir immer wieder machen. Und das ist etwas Vergleichendes. Das führt unter Umständen zu Unzufriedenheit. Und das bekommt der Zufriedenheit nicht. Ständig vergleichen wir. Ich könnte jetzt viele Beispiele bringen, viele Analogien für das, was wir vergleichen und dadurch möglicherweise unzufrieden werden. Oder erst zufrieden werden, wenn wir etwas erreicht haben, was das andere, der andere tatsächlich auch hat. Das ist ja das, was wir oft anstreben und an dem wir uns orientieren. Und das macht ja den Kern von Konkurrenz aus. Schon in der Schule, im Kindergarten, der Kita schon angefangen, ganz früh angefangen. Diese Vergleiche oder hier diese Nachbarschaften, die Frauen, die Mütter hier in der Gegend, so vergleichen ihre Kinder mit den anderen Kindern. Und dann wird selektiert und dann soll es in eine bestimmte Richtung gehen und so weiter. Und das macht nicht unbedingt zufrieden. Das macht nicht zufrieden, wenn wir vergleichen. Und das sehen wir wieder. Wir vermuten oft das Bessere, das Schönere, das Weitere, vor allem das Vollkommenere, das Erlöstere oder eben das Schlimmere auf der anderen Seite. Also dieser permanente und oft unverzügliche Vergleich verstört unser Leben. Wärest du nur für dich, nehmen wir mal an, du wärst nur für dich und deinem, also fast schon in so einer Art von Autismus. Und ich kann selbst mit mir und ich bin autonom oder in einer relativen Autonomie. Würdest du zufriedener sein im Leben, weil dein Leben natürlich nur durch dich geprägt ist oder vielleicht noch mit deiner Frau oder vielleicht mit einem anderen vertrauten Menschen, dem es ähnlich geht wie dir. Und du würdest, und ihr würdet euch nicht ständig mit der Welt vergleichen und damit eben in einem Wettlauf gezwungen sein, der fürchterlich ist, der also auch immer bei vielen Menschen immer fürchterlichere Maße annimmt, nicht? Wo man sagt, Gott, da fährt jetzt ein Schweizer auf der Autobahn. Warum fahren so viele Schweizer hier auf dem deutschen Autobahn im Süden? Und du denkst, ja, das sind reiche Säcke, die bereichern sich hier in Deutschland, wenn die herkommen und so. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist absolut irrational in der Hinsicht. Aber schon dieser Vergleich, oh, denen geht es besser oder so. Wärest du nur für dich und deinem oder doch in einer beschaulichen Anzahl von Individuen, dann würdest du zufriedener sein, weil nur das geht, was ihr könnt, was du kannst, was du hast. Und was du nicht hast, das interessiert dich überhaupt nicht, weil es gibt keinen Vergleich. Vielleicht hast du ein IQ von 395. Und du kriegst das gar nicht mit und du bist einfach so zufrieden, wie du bist. Aber es kann auch sein, dass du ein IQ, ein Intelligenzquotient von 40 hast und trotzdem bist du super zufrieden. Also nichts, können wir doch an dieser Stelle sagen, nichts ist wirklich vergleichbar. Weil alles eigentlich, alle Phänomene, die wir empfinden und die uns so im Laufe eines Lebens über den Weg laufen, einmalig sind. Und damit sinngebend, sinnvoll. Und dann kommen diese Begriffe Konkurrenz, Beurteilung, Bewertung, Konflikt. Konflikt, wenn wir das so sehen. Die Konflikthaftigkeit entsteht ja gerade durch den Vergleich und immer wieder durch den Vergleich. Und dadurch sind wir unzufrieden. Und dadurch bekommen wir andere Bedürfnisse und dann knallen Bedürfnisse aufeinander und schon sind wir in der Konflikthaftigkeit. Und schon sind wir im maximalen Krieg, den wir gerade schauerlicherweise mitten in Europa erleben, auch das wieder. Sie alle haben ihre Wurzeln im Vergleich. Immer wieder vergleichen wir als Menschen. Dabei geht es bei der Zufriedenheit darum, das Unmittelbare zu haben und nichts weiter zu haben. Zufriedenheit mit dem Unmittelbaren, mit dem, was da ist, egal was da ist. Und dadurch entsteht dann Bescheidenheit, weil gar nichts anderes übrig bleibt. Das heißt, wir könnten uns an dieser Stelle auch die Frage stellen, vergiftet uns als Menschen das Streben, das einseitige Streben nach etwas. Und dann könnten wir geneigt sein zu sagen, in dem Ruhen liegt Zufriedenheit. Und das Ruhen bedeutet nicht, dass ich hier einschlafe und dass ich faul bin. Ruhen, sondern Ruhen bedeutet einfach, ich bin mit dem, was jetzt gerade da ist. Ich komme gar nicht auf die Idee, dass drei Häuser weiter eine Küche existiert, die 100.000 Euro gekostet hat. Das ist hier zum Beispiel da, wo ich wohne oder auch woanders in Deutschland oder auf der Welt durchaus durchaus ein Fakt irgendwo. Und dann könnte ich sagen, mein Gott, warum habe ich keine Küche mit 100.000 Euro? Warum habe ich nicht 100.000 Euro auf der Kante für eine Küche? 100.000 Euro? Und das ist das, was ich meine, in dem Ruhen liegt die Zufriedenheit. Also dem Geschehen lassen, dem Sein mit dem, was da ist. Und das macht zufrieden. Und insofern ist das etwas sehr Zentrales. Und ich denke so, natürlich wollen wir alle zufrieden sein. Aber die Zufriedenheit entsteht nicht durch den Vergleich, nicht durch die Konkurrenz, nicht durch das Besser und Schlechte, nicht durch das Like und Non-Like und so weiter. Zufriedenheit und Vergleich, welchen Bezug haben Sie? Zufriedenheit und Vergleich, welchen Umfeld. Vielen Dank.